Streife 2 10 7 Was? Drei Streifen einmal bitte mit Co. 3 zu Continental Streife 1 fährt an Noch zwei Streifen bitte im Funk melden Ich wäre halt direkt hinterher, aber ich bin halt paralysiert Sobald Kollege wieder da oder man fährt Ah, da ist der Kollege Funkzimmer 10 19 Continental Drei für drei, zehn, neun Oh, ich glaube ich muss hier das Funkgerät anmachen Ja, ja Streife 1 10 23 Streife 1 10 Weitere Informationen erhalten Die bei Captain Pike Die Team übernimmt die Einsatzleitung hier vor Ort Alle Offenbarung, die gerade eintreffen Melden sich im Foyer bei mir Jesus Christ Scheiße, ist was passiert? Ja, das ist sehr schlecht Ich habe nur die Fahrradfahrerin auf den Highway fahren sehen Und das war eine dumme Idee Brauchen Sie Es tut mir leid Ich muss nicht durchs Landfahrzeugen Ja, am besten nicht über eine Brücke, die ausschließlich nur für Fahrzeuge ist Wir brauchen mal ein AD hier Sie sind wahrscheinlich gestürzt, ne? Ma'am? Haben die Rocker vor der Tür was mit dem Einsatz am Kontinente zu tun? Ja Okay, alles klar Können Sie mal eine Medizin rufen? Ähm, ich bin hier auf einer Brücke Also von Streife 3 Von der Broker Richtung Elgonquin Elgonquin Auf dieser stehlenen Brücke da Von der Einsatzleitung Derzeit unklar Nehmen Sie die Daten von den Personen auf Und durchsuchen Sie Brake von der 0-1 Bitte den Einsatz im Funkkreis 2 durchführen Entsprechend bitte alle Kollegen am Einsatzort Continental in Funkkreis 2 wechseln 10-4 So, wir warten jetzt auf den AD und dann, äh, ich, ich funke das mal durch Ich hab schon 10-6 gefunkt Ja, okay Das bitte im Funkkreis 2 anfragen jetzt 10-4 Schreif 2 Meine Güte, ey Bauen Sie meine Personalien? Äh, wir machen das gleich Wir warten jetzt erstmal den medizinischen Notfall ab Und dann gucken wir, wie wir das machen Obwohl, ähm, Freeman, Sie können ja gleich Äh, die Personalien mal aufnehmen, aber Ich hab das schon gesehen Ich hab sie drauf fahren sehen Dachte mir, okay, ich muss hinterher Aber mein Kunde Ich hab mich Hm? Vertan Ich wollte hier gar nicht fahren Ah, und das ist Ihnen dann bei zwei Drittel der Brücke aufgefallen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, nee, sie ist halt einfach durchgezogen Weil sie dachte, jetzt oder nee, wa? Ja, umdrehen wäre, glaub ich, noch dümmer gewesen Ja, das gibt ja hier auch nichts Man hat hier keinen Platz für nix Das stimmt, das stimmt Aber wie soll ich denn sonst mit einem Bike hier rüber? Naja, sie fahren, ähm, über Broker Äh, über Bowen Müssen sie im Norden Wenn sie über, wenn sie über die Brücke wollen Dann müssen sie, müssen sie nach, äh, Dukes fahren Muss ich nach oben Und dann müssen sie nach oben über die rechte Seite Am besten nicht über diese Verkehrsverbindung da Ähm, müssen sie nach Bowen Und dann darüber nach Elgon Quinn rüber Mein Fahrrad ist halt echt beschissen hier, ne? Es tut mir leid Die Streifel vielleicht schon kommen Ja, sie kriegen keine Strafe Sie sind gerade übel, sie haben sich gerade übel gemault So, das ist Strafe genug 10, 20, kommen Mein Gott Aber wir hatten heute erst jemanden, der von der Brücke runtergefallen ist Das wollen sie nicht Sie wissen gar nicht, wie groß die Haipopulation geworden ist 10, 4, Leute, schon Ende Seitdem, seitdem China Town zugemacht hat Essen die halt die Haie nicht mehr Und, äh, das ist außer Kontrolle Da werfen sie was rein Das ist so, als würde ein Piranha füttern Meine Fresse Moin, moin Da sind wir wieder Kommen Sie mal ran So, wir haben die junge Dame auf dem Fahrrad Wurde die leider von dem Sportwagen da erfasst Hat sich ein bisschen gemault Ähm Und hat jetzt wahrscheinlich überall Schürfwunden Aber, naja, gucken Sie mal durch Wie mach ich So, wir gehen mal ein bisschen beiseite Kommen Sie Kommen Sie mal zu Ihrem Auto Einfach mal davor stellen Dann sind wir ja auch ein bisschen abseits, wissen Sie Ja So, können Sie mir nochmal sagen, wo Sie hinwollten? Ich wollte nach Elgenkön Mhm 28 Ja Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Die Pacht eintreiben für Herr Stelien Ach, Sie arbeiten bei Stelien, ja? Ja Scheiße, Sie sind ja noch unbeliebter als ich, wa? Ich bin Officer und Sie kommen da rein wie das Finanzamt mit großen Händen Ja Ja, das stimmt Ja, das ist ja kacke Nein, eine gute Tut mir sehr leid, aber ich habe die sehr, sehr spät gesehen Das ist ja kein Problem, sie hat ja auch auf der Straße ja auch nichts zu tun Das ist ja ein klassischer, äh, klassischer, klassischer Unfug, der da gemacht wurde, wa? Das stimmt, ja, aber es ist trotzdem schlecht, wenn jemand zu Schaden kommt Ja, ja, klar Möchten Sie auch meine Personalien haben? Nee, 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 der Kollege hat das schon gemacht, ich wollte mir nur aufschreiben, wie das war Wenn Sie Probleme haben, mit jemandem zu Schaden kommen haben, sollten Sie Ihren Job aber nicht ausführen Die mögen Sie ja bestimmt gar nicht, wa? Ja, die wenigsten wahrscheinlich Warten Sie mal, ich frage mal mit dem Kollegen, ob er irgendwas gefunden hat und dann komme ich gleich wieder Ja Die wird wahrscheinlich weggebracht, wa? Äh, nochmal? Wird die weggebracht? Äh, gehe ich von aus, die haben mir jetzt nichts mehr gesagt, aber... Wir müssen, wir müssen den, äh, wir stickern das, das Fahrrad weg Ja, klar Das können wir hier nicht lassen So, Meister, fahren Sie mal Ihren Supersport Megawagen ein bisschen nach vorne, damit wir nicht aus Versehen hier für den Falschen markieren, wa? Ähm, ein Officer müsste abgesammelt werden, den Wyatt abholen, kommen So, den hier kommen Super So, dann stickern Sie mal den Karre weg Weil den musste sich aus der Verwahrstelle rausholen, das können wir nicht einsammeln So, für Sie gilt Ja Moment Gefunden haben Sie nichts, ne? Bei dem ist alles I.O. Äh, Max Müller darfst du nirgends machen So, alles klar, Herr Müller war das, wa? Ja Ja, Herr Müller, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß noch beim Langmachen von irgendwelchen komischen Geschäftsleuten, die versuchen hier hart Brot einzutreiben und dann von Ihnen die Kralle aufgehalten kriegen Aber, ähm, ja, es ist ja nichts für Sie, ne? Fahren Sie weiter und das ist gut Einen schönen Abend Ja, schönen Abend noch Wir benötigen eine 1090 am Continental, bitte Jesus Christ Ah, Streife 3, Kanzel, noch mehr 10-4 Continental, 1090 Der mit dem Zontorno, der drückt doch nun leicht aufs Gas, sonst schneller als wir, Mann Ja, das ist sehr belastend Aber zum Glück ist es kein Krimineller, sonst wären wir echt verloren So, dann gucken wir mal, dass wir hier durchballern können Jo Was ist denn da los am Kontinente? Ich hab's nicht wirklich mitbekommen, also ich weiß, dass da jetzt ein größerer Einsatz sein soll, mit extra anderer Funkkreis und so Ah, Streife 3, 10-23, Hinterkack an den Händel Streife 3, entsprechenden Funkkreis 2 wechseln, bitte So, was ist hier los? Ja, erstmal muss ich zum PD, ich muss den Riot holen Okay, alles klar, wir bringen dich weg Nach hinten dann, äh, auf den Hintereingang, ne? Genau Wir haben da wohl ein riesiges Drogenlager hochgenommen Was? Naja, klar Im Continental? Ja Leco mio, oder? Ich sag's euch Ich raste aus War doch super, dass wir uns um die Fahrradfahrerin kümmern konnten Ja, da hat grad einer so komplett einen auf Ich muss Selbstmordgedanken haben Ob wir sie retten können Naja, los Perfekt Funkkreis 2 jetzt So Streife 3 meldet sich Funkkreis 2 an Wir holen den Riot Wir werden den noch ein bisschen begleiten Ja, ich glaub, die großen Fahrzeuge, worauf mir gesagt, kriegt er an einer anderen Stelle Heute Scheiße Kriegt er die da drüben? Kollege, die kriegen wir hier hinten, glaub ich Einfach laxig rausholen Uff Na genau Na dann rein Wir begleiten den Info von der Einlassleitung Die Detectives haben damit begonnen, den Tatort zu sichern Das wird mir heute noch verkauft, das ist das Hotel für die Reichen und Schönen Streife 3 mit der Information, der Riot ist jetzt vor Ort So Meine Fresse Gut Das ist doch mal was, wa? Jetzt riegeln wir das hier ab, wa? So sieht's aus Heikes Einsatzleiter, wenn ihr Fragen habt Naja Gab es hinweise von außen, irgendwelche, ja, anonymen Tipps, oder wie? Ja, wunderbar, wunderbar Wunderschön Freeman, wir positionieren uns draußen, hier drinnen sind genug Leute Oh klar Hier reicht das schon Haben wir das so ein bisschen im Auge hier draußen Info an die Officer, die jetzt hier vorm Hotel stehen Schnappen Sie sich ein paar Handschuhe Und, äh, kommen Sie rein, damit Sie den Raid beladen können Alles klar Dann, äh, wirf mal die Kippe weg, Harder Ach, Mann Ich hol noch mal schnell frische Handschuhe Ja, das wird bei mir nix Ob sind jetzt die Handschuhe her? Aus dem Auto Oh Gott Scheiße, Chad, wie krieg ich denn Handschuhe aus dem Auto? Wie krieg ich denn Handschuhe aus dem Auto? Ich hab' ich mitgebracht Sie hätten nur stehen bleiben müssen Ja So Hier Nehmen Sie die Wo ist der M? Spannend ein bisschen, aber naja Jo Aber ich hab' kein Torso Wo ist denn der Torso-Scheiß hier? Ich hab' halt kein Torso Das kenn' ich nicht aus dem Dings Gut, Wolf, äh, Freeman, William Wir gehen mal runter Sie nehmen die erste Ladung mit raus Wenn Sie die verbracht haben, dann tauschen Sie mal mit den beiden Kollegen Wir wollen ja die Neugier hier komplett stillen, ne? Ja, aber natürlich Na klar, alle, kommen Sie mit Sie haben feste Mägen, ja? Ja, sicher Was ist denn da unten los? Das werden Sie gleich sehen Was ist das denn hier? Es ist hier Schönes Gemälde Ja, ne? Ja, ne? 20, äh... Mit der Handleitung kommen? Ah ja Ja, klar, Sie kommen Ah, vor kurz Danke 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 Ein versteckter Gang, was sind wir denn hier? In einem... Was ist das denn? Ist das wie bei Graf Dracula? Ja, da ist jetzt gleich Dr. No, der GoldenEye fertig macht, ne? Keine Ahnung Ach du Scheiße Ja, wissen Sie, was noch besser ist? Kommen Sie mal mit Unterm Kontinente Und hier ist immer Sonnenblume Oh, um Gottes Willen Ja, ne? Oh Oh, das ist ja verkrustet Da wissen Sie Bescheid, oder? Ich will nicht wissen, was hier passiert ist Die Detektors haben, glaube ich, schon DNA-Bogen genommen Ja, da finden Sie wahrscheinlich alles Am Ende ist das irgendwie so eine Schildkröte, die da rauskommt Ah, ich glaube, das ist schlimmer als im Einsternhotel auf Mallorca Oh, die Scheiße Ey, so ein Scheiß Und wir müssen so eine Fahrradfahrerin vom Highway kratzen, weißt du? Die machen hier den Drogenfund des Jahrhunderts Und wir müssen eine Fahrradfahrerin vom Highway kratzen Weil die einfach gesagt hat, ich musste da rüber Leckomio, hier bedient man sich auch schon am Zappfall Wollen Sie die ersten Sachen zum Abtransportieren? Ja, die Pisten mit dem... Mit den Ausweisen hinten und das Peroxid Und da ist noch ein Einmal voll mit Geld Das kommt schon mal raus Genau Den nehme ich Geld Dann, Miss Clark, weisen Sie mal die Officer bitte hier zu Ja, komm damit Okay Alles, was hier tatsächlich auf dem Dresen steht, kam schon mal mit Das ist alles schon mal dokumentiert Okay Wundervoll Na dann Ab damit So Mal hier reingucken Kannst du dir nicht ausdenken hier, ne? Also Scheiße, der Lachs ist wieder zu, oder? Ah! Vorsicht Ah, der Tür steht Ja, gut Halt die Tür mal eben auf So Achtung, Perloxid Ja Ja Scheiße, ist da wer auf dem... Ach du Kacke Officer, kommen Sie mal her! Scheiße, alles okay? Info an die Officer, die jetzt gerade die... Ach du Scheiße! Wollen Sie mal einen Arzt? Die Sicherung übernehmen und schicken Sie die dann runter 0-4 mit einer Information, wir haben hier draußen einen bewusstlosen liegen mitten auf der Straße Handelt sich dabei offenbar um Herr Rakete Äh, wir rufen Ardi und sperren hier ein bisschen ab Was ist das denn hier? Lieder Also Diener Diener Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ah, läuft richtig so gut. Hast du drinnen? Äh, jo. So. So. Was ist denn jetzt hier mit den Piefen? Wir müssen noch ein bisschen schleppen. Was heißt hier abwechseln? Wir sind doch gerade weggebrochen, weil da draußen irgendwas war. Wir sollten uns mit dem einen Kollegen an der Tür abwechseln, wir sind gerade wieder gekommen, also alles gut. So, müssen wir so unten mal was hochgetragen werden? Kannst du dir nicht ausdenken, wir sehen, die letzten haben wir jetzt hochgeholt. Ja, da ist er wieder, da ist jetzt noch die Presse runter und dann ist er hier durch. Ah, super. Das heißt, ihr könnt euch schon mal den Riot schnappen und das quasi zum PD-Mail. Miss Clark? Ja. Fahren Sie mit den Officer-Mail. Oh. Lekko Mio, weißt du, die ganzen abgeleckten hier, Drohnen-Business, alles Verbrecher. Die Lagerlagerstellung ist abgeschlossener, wir lassen jetzt noch die Presse nach unten. Na klar. Dann sind wir hier ruhig. Äh, du schnappst dir unseren Streifenwagen. Ja. Newman. Also, ich mein... So. Na dann, kicken wir mal. Sie waren der Kollege Wolf, den ich gerade eben angerufen habe, richtig? Dann haben wir uns noch nicht kennengelernt. Klack mein Name. 21. 22. 22. Guten Tag. Ich bin ein bisschen frustriert. Warum? Und gerade auf dem Weg hierhin hatten wir so eine Fahrradfahrerin, die meinte über den Highway starten zu müssen, nachdem das Continental-Ding losging. Und von wem wurde sie erfasst? Richtig. Von einem Supersportwagen. Und wir mussten sie runterkratzen. Ja. Das ist frustriert. Dann kommen wir vorne hin. Und der nächste, der umfällt, aufgrund von einem Schwächeanfall, ist irgend so ein Schmellmutsch-Makete. Ja. Das ist der Rakete, ja. Wie, der hat ja gesagt, der heißt nicht so. Ja. Okay, wollen wir vorne rein, hinten? Ja, hinten rein. Beziehungsweise, wir müssen ausladen. Also, dann stellen wir uns davor einmal quer. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, machen sie vorne. Sag mal. Ja, da können die Kollegen helfen ausladen. Aber klar, sie müssen doch klar sagen können, vorne oder hinten. Das muss eine klare Kommunikation sein. Ach, ist der Wolf. Ne, ich sag ja nur. Ich hab jetzt dreh. Ich bin schon gedreht. Das war super. Dann machen wir uns da hin. Na ja. Ich bin jetzt hier hinten an. Äh, vorne dran, meine ich. Mein Gott. Sie haben mich selber durcheinander gebracht. Ja, ich merk schon. Wer ist denn da jetzt wieder bewusstlos? Abgeholt. So. Ich denke mal, das passt, ne? Ja, das passt. Ja, ich bin kaputt. Oh Gott. Scheiße. Wir müssen einmal, dass du nicht aus erwarten kannst. Haben wir Vollmund? Cortes ist da. Hm? Wieso? Naja, ich sag nur. Mich hat keiner abgeholt, deswegen musste ich laufen. Kauft ihr doch jetzt endlich mal eine Karre, anstatt immer auf irgendwelchen angewiesen zu sein. Oder ein Fahrrad. Ich hab ein Auto. Wir haben ein Fahrrad gerade in der Verwahrstelle drin. Das ist nicht im besten Zustand, aber könnte es sicherlich auslösen. Weil mein Auto auch in irgendeiner Verwahrstelle ist. Die Streifen noch zur Absicherung hier benötigt. Ich möchte... Ja. Hammer, zuhören bitte. Ich möchte bitte, dass hier mindestens ein Officer stehen bleibt an den Wagen und den Wagen bewacht. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Ich mach das... Ich würde das eben machen mit der Leitstelle. Dann können die anderen runter gehen. Ja, die Leitstelle ist aber belenkt. Ich bleibe hier. Ja, okay. Dann geh ich wieder rein. So sieht das nämlich aus. So, dann schnappen sie euch mal nen Karton und kommen sie mit mir runter. Ja sicher. Was haben wir denn hier? Ach. Gott. Ist ja fast voll das Auto. Ja. Oh, ich könnte blutig sein. Ja, tropfen bisschen durch, aber... Nicht doof oder komm ich da noch nicht ran? Einfach nen Karton nehmen und runter schritten. 07, die 19, komm. Da lag er los. Vielleicht von der Seite, wa? Kommen die an den scheiß Kofferraum ran. Ich glaube, das ist dann schon alles. Seid ihr wieder auf Funkkreis 1 oder müsst ihr gleich nochmal hin? Ähm, wir sind noch... Ich bin noch Funkkreis 2. Ja, aber müsst ihr nochmal hin gleich fahren? Äh, ne. Ich glaube nicht, ne. Das hängt vom Detective ab. Okay. Was war denn da los? Riesiges Drogenlabor unter dem scheiß Continental. Denkste, kannst du ja nicht ausdenken. Da ist so ein Gemälde und das kannst du beiseite schieben und dann kommst du unten rein. Folterzimmer und Drogenlabor. Let go me, oder? Wer ist denn der Besitzer von Continental? Keine Ahnung. Kenn mich doch nicht aus. Aber es ist ein schnickes Etablissement. Ja, das hab ich auch schon nämlich gehört, ne. Deswegen. Und dann kommst du da unten rein und dann denkst du, du stehst in so einer Horrorshow. Oh. So ein Stuhl angekettet. Überall Blut. Oh. Oh mein Gott, ja. Kann man mal machen, ne. Naja, kann man eher nicht. Das war ja eine Katastrophe. Ja, also ich mein das so ironisch da unten, ne. Ein bisschen. Ja, Polizeialltag, ne. Man lädt immer was Neues. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben sie da ein riesiges, riesiges Abfertigungslabor. Ne. Ja. So komplett nach oben. Vielleicht, äh, grenzt hier die Drogenkriminalität ein bisschen ein jetzt. Ha. Mal gucken, wa? Ja. Oh, ja. Ah, 2 Minuten. Ja. ivo von der Einsatzleitungen, äh, die Begehung mit der Presse ist jetzt soweit durch. Sobald der Riot ausgeladen wurde, ist der Einsatzjemand abgeschlossen. Gerade hier, wegen der Räume, da sind noch Kattons drin. Kennt ihr den hier schon? Wie viel Officer braucht man, um ein Riot aufzuräumen? Ich hatte gerade einen Unfall, ich hab ein bisschen Schwierigkeiten da reinzusteigen. Alles gut, ich mach ja nur einen scheckischen Witz. Hey, die Leute rasten wieder aus. Sie wollten keine Diggins von mir haben. Keine Kippen, oder was? Geht's jetzt wieder um die Kippen? Geht um die Scheißkippen noch? Ja, natürlich geht's um die Scheißkippen. Naja, ist doch gut, ich hab doch eigene jetzt. Ja, ist doch gut. Sind wir alle versorgt, das ist das Wichtigste. Gebt ihr doch jetzt hier nicht einen Kampf, geh doch mal runter damit. Sag mal Cortez, was hast du denn da? Was baust du denn auseinander? Du sollst doch nicht das Autoradio kaputt machen. Cortez! Ja? In Karton! Nicht die Bumm! Ach wo? Mein Gott! Wirklich! Den hier! Ja, der ist aber schwerer. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht hinkriegst. Geil, helfen Sie mal! Erschaffen Sie! Oh Gott! Die Frau kann nicht mal alleine nach Hause fahren. Wie soll die einen Karton tragen? Nee! Das ist schon alles? Ja, sie können ja mal die Tür aufhalten. Achso, ja, du kannst das auch abnehmen. Bitteschön! Dankeschön! Dankeschön! Boah! Oh, oh, oh! Wieder typisch! Wieder was abgenommen! Die Frau, die selbstständige Frau, wa? Die sagen es! Hm? Halten Sie sich da raus! Kann ja wohl nicht wahr sein! Ja! So! Erstmal was essen! Weil du so schwer gehoben hast, oder was? Ja! Ja, klar. Ich hatte gerade jemanden, der ist bewusstlos geworden, weil der vergessen hat, sich was zu einem zu verleiben. Oh! Der arme! Was? Der, 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 der die Brücke runtergefallen ist? Nee, das war der andere. Oh, dass jemand die Brücke runtergefallen, kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du, über eine Schulterhöhe Absperrung. Was mache ich denn heute? Das ist ein Rekrut, das ist ein Neuer. So gut ist die Ausbildung am ersten Tag. Der ist, der ist, der ist, ja, am ersten Tag direkt. Ah! Einen müssen wir noch haben. Boah, deine Pizza sieht echt lecker aus. Danke nochmal, Kollege. Wie heißen Sie? Das müsste der Letzte sein. Oh Gott! Freeman! Gute Arbeit! Wie viele Kartons haben wir jetzt unten? Nee, das dürfte der Letzte sein. Die anderen Kartons sind nur noch Ausrüstung von uns. Also, das ist der Letzte von denen. Das ist der Letzte von denen. Ja. Ähm. So, wir warten jetzt hier auf Einsatzleitungen und den Freigang, das wegzubringen. Was denn? Die Einsatzleiter kommt doch gerade. So, das Ding ist komplett leer. Sollen wir uns wegfahren? Frohe Ostern übrigens alle zusammen. Äh. Ja, gut. Sehr gut. Danke. Danke. Alles klar, machen wir. Sehr gut, sehr gut. Freeman, du kannst hier bleiben. Ich bin doch gleich wieder da. Ich bin doch mit dem Auto abgehört, oder? Ich kann doch laufen. Ah. Okay, ich dachte es mir fest. Super. Der Fall. Ich weiß nicht, aber ich habe das. Ja, das ist einfach sympathisch. Das sind alle in Ordnung. Es gibt viel auf Vorlage Also viel wird auch einfach gekauft Von Interiors Ich weiß jetzt nicht woher das Continental Interior ist, aber ich bin mir sicher Das wurde gekauft Und dann gibt es so Custom Zeug Ich weiß, dass die Projektleitung gerade das Polizei Department custom mappt Also die machen da viel Custom Scheiß So So, jetzt mache ich erstmal meine portierte Pause hier Das ist nett Weil manche Kollegen wollen mich nämlich nicht abholen Ja, ist doch gar kein Problem Alter Freeman, lässt du mich bela... So eine Flachzange Hast du hier schon wieder aus? So eine Flachzange Okay. Wir sind glatt wütend abgehauen. Was wollten sie? Ja, nee, alles gut. So, wie ist denn der Status der Streifenrausen-Leitstelle? Ja, wir haben... Bup, bup, bup. Die Streife jetzt... Warte. Streife 2 ist 10,8. Und Streife 1 ist 10,8. 3,1 ist für 10,8, Mann, ja. Wir haben zwei Streifenrausen? Ja, wir sind Streife 3, wir sind Streife 4. Ich wollte gerade mal eine Pause machen, Alter. Ja, dann machen sie eine Pause. Jungs, draußen stehen zwei Damen. Da müsste sich einer drum kümmern. Wer von euch macht das? Was hast du denn problematisch mit zwei Damen? Du kommst doch mit jedem immer zurecht. Hast du dich schon gefragt, ob ich nicht nach Hause fahren kann? Ich raste schon wieder aus. Ich kann da nicht schon gut. Schönen Tag. Was kann man Ihnen... Was kann man Ihnen denn antun? 37, 10, 20... Ähm... Meine Schwester... Hallo, wie geht's dir? Frohe Ostern! Oh, so vielen... Können wir ein kleines Stück zu den Seiten gehen? Ja, können wir machen. Na, jetzt sind jetzt hier auch genug, Officer, oder? So, was ist denn... Was kann man denn für die tun? Mit dem wir reden können? Was möchten Sie denn? Ja, der kennt sich bestens aus. Ui, wir wollten fragen, Sie kennen den Hotel Kontinenten? Ja. Ist denn ein sicheres Hotel? Uff! Denn uns ist zu Ohren gekommen, dass dort vielleicht ein paar zwielichtigere Gestaltern sind. Also sicher würde ich es jetzt nennen, aber wir haben da gerade ein Drogenlabor ausgehoben, also ich weiß ja nicht... Was haben Sie ausgehoben? Ach, nur ein Drogenlabor. Und da war eine Folterkammer. Ein Drogenlabor in dem Hotel? Ja, ja. Ich war da sofort gerettet, die Gemärte. Aber... Das kann doch nicht sein. Es ist jetzt nicht nur sicher, es ist sogar gesichert. Also gar kein Problem. Genau. Kollege Wulff, haben Sie nicht erzählt, dass Sie letztens eine neue Alarmanlage bei sich zu Hause eingebaut haben? Und ein Raketenabwehrsystem. Hast du denn gehört, Nick? Ein Alarmsystem? Was ist denn jetzt hier deine beschissene Mission, Cortez? Denn Raketen... Cortez? Ich schlafe in meinem Auto, jetzt ist es raus. Sie haben ein Raketenabwehrsystem? Ich schlafe in meinem Auto, ich schlafe überhaupt keine im Apartment. Sag mal, was quasseln mich jetzt hier alle voll? Ich habe überhaupt keine Apartment. Aber wenn Sie jemanden brauchen, den sich mal Ihren Alarmanlagen angucken, dann ich bin Ihren Frauen. Was machen Sie denn? Sind Sie Sicherheitsbeauftragte jetzt hier? Genau, sicher nicht. Ich bin Nick, Technik. Wie, Sie sind Technik? Wow. Wie sind die Technik oder was? Bei Technikfragen, Technikfragen. Also sage ich, ich arbeite dran. Richtig, bei Technikfragen, Technikfragen. Er arbeitet bei den eigenen Unternehmen und den als Technik. Richtig, genau. Der ist doch nicht so kompliziert, oder? Bei Technikfragen, Technikfragen oder was ist das jetzt? Richtig. Haben Sie Technikfragen zu Ihren Raketenabwehrsystems? Nee, ich schlafe in meinem verschissenen Auto. Ich dusche in einem Fitnessstudio. Was sagen Sie mir? Sie abhören den Abwehrsystem auf den Auto. Darf ich das vielleicht einmal angucken? Ich habe kein Abwehrsystem. Das ist ein alter Emperor. Da ist überhaupt nichts Abwehr. Da mache ich ein Siegel runter und dann kann man von außen mit einem Kleiderbügel das aufmachen. Das wäre so interessant gewesen. Den alten Autoren mit der neuen Technik vereint miteinander. Das wäre genau mein... Glauben Sie mir, mit meinem Auto wollen Sie nichts zu tun haben. Ja, aber Sie haben wenig Geld, dann können Sie sich ein Hotelzimmer leisten. Sie können mir doch keine 500 Dollar zustecken, verdammt. Das tut mir so weh. Ich kann Ihnen keine 500 Dollar abnehmen. Das ist nicht für den Bestechung, den ist für Sie persönlich, dass Sie nicht schlafen müssen in Ihrem Auto. Ich kann Ihnen keine 500 Dollar. Sie müssen... Nehmen Sie das hier. Nehmen Sie den. Sie hören auf, mir 500 Dollar zu geben. Sofort. Nur weil Sie in einem Continental ehemals Continental ab sofort Droginental residieren, heißt das ja nicht, dass da irgendwas ist. Ich werde sofort mein Zimmer kündigen. Richtig. Das ist ja auch echt eine fragwürdige Absteiger, wa? Wir kriegen die Aufklärung. No. Ich wusste denen nicht mehr, wurde gesagt. Den ist dem besten Autor in der ganzen Stadt. Ich kann ja auch mal gucken, ob ein anderer Kollege noch ein Zimmer frei hat. Ach Gott, Gott. Das war ein Zufall. Hier bin ich. Freeman hat eine Laserabwehranlage. Der hat so einen alten Command-in-Concord-Turm aufgekauft. So ein Ding ist das. Und die muss sehr regelmäßig gewachsen. Oh, Gott sei Dank. Ich raste die hier raus. Jetzt konnte ich meine Pause nicht mehr machen, weil die mich da vollquatschen. Ich wollte nur eine piefen. So kann ich mich hier pief-technisch dazustellen? Ja, schon. Was denn? Ich will nur nicht mit den anderen Leuten zu tun haben. Was ist denn los da drüben? Nichts. Da kommen jetzt irgendwelche, da kommen irgendwelche Ladies, die wollen jetzt halt das Kontinentelzimmer auflösen, weil da drinnen halt irgendwie Crystal Meff gekocht wird. Aber das ist doch nicht unser Problem. Ja, dann müssen sie sich beim Hoteltypen melden, ja nicht bei uns. Naja, sag ich doch. Komm nicht her. Steck mir 500-Dollar-Scheine zu. Als wäre ich irgendein Tripper. Ja, nee. Wir haben doch genug Hoteliers nicht mehr. Die Zimmer sind noch teuer genug. Da kann doch bestimmt einer vom Hotel anpacken beim Ausziehen. Ah, hier. Was ist denn da eigentlich gelaufen? Wie kommt denn das der Scheiß zustande? Wieso ist denn da so eine Schickimicki-Immobil infiziert von irgendwelchen Crystal Meff-Digern? Naja, das geht erstmal jetzt alles auf Feind zurück. Ach du Scheiß. Ist das der Besitzer oder was? Ja, ja, war der Besitzer. Das wurde halt heute übergeben an den Antonov und der hat den Raum gefunden und uns dann direkt angerufen. Da gab es einen Besitzerwechsel. Wer ist denn der Antonov? Das ist ein aktueller Richter. Ähm, hallo? Moin. Wo würdest du Leitschmack machen? Ich mache die schon ein paar Stunden. Äh, ich bin eigentlich noch gerade hier mit Ditchi und übrigens unterwegs. Scheiße, niemand will Leitschmack machen. Gib hier, gib mir ja den Lachs. Ja, ähm, schreib mal eins und vier sind zehn, acht. Alles klar, mir oder ja, gib mir erstmal die Leitschmack. Ja. Komm ich denn jetzt an das beschissene Telefon ran? Ja, warte, ich gebe das eben. Ich lege es eben auf den Tisch. So, habe ich. Ja, klar, haben wir noch. Ähm, die Frau Davis hat keinen Streifenpartner. Ich bin auch hier und gut, das ist auch hier. 0-1 mit der Info nochmal an alle Kollegen, äh, zwecks des Ostergeldes. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Headquarter. Ähm, bevor sie ihre Schicht beenden, kommen sie da nochmal auf mich zu. 0-1 Ende. So, ich muss mal hier kurz, ich muss mir auch mal einen Notizzettel aufmachen für die Leitstellen. Scheiß. So, warten Sie mal ab. Wir haben noch so eine Leitstellenübersicht. Ist die aufgeräumt? Ähm, das interne Board hier. Na ja? Ähm, ja, soweit ja. Außer Davis steht halt noch drauf, weil die eine Streife war. Ich würde mit Davis auch rausfahren. Ich würde auch Cortez dann mitnehmen. David Cortez. Willst du das machen? Wollen wir mal. Dienstnummer? Ähm, von mir? Ja, nee, von dem, äh, Apfel hinter dir. Natürlich von dir. 65, ich stehe nur unten auf 13 rauf auf dem Platz. Da müsste ich gleich raufziehen. So, warte mal. Ich habe das noch nicht offen. Ich habe gerade nur meine Notizzettel gemacht. Ach so, okay, okay. So, Streifen. So. Ach du Scheiße, was haben wir hier? Was ist denn hier? Das sind die DTU-Streifen, ne? Also, ähm, Commander Patterson ist mit Müller Overwatch gerade. Mhm. Ja, Davis, wie gesagt, würde ich machen mit Cortez auch, wenn die raus will. So. Overwatch im Landeanflug. 65. Wo sitzt du denn? Bei Pemmerton, he? Ja, ja, ja. So, und du sitzt dann auf Streife 2 mit Cortez? Äh, Davis würde ich beide mitnehmen. Cortez, Davis sind bei dir drin, zieh zu. Okay, alles klar. Danke. Ja, ich hätte gerne eine neue Streifenanteilung. So, Moin, Moin, Moment. So, okay. Ich muss das mal durcharbeiten, weil ich gerade übergeben gekommen habe. Ja, machen Sie ganz entspannt. So. Streife 1 für Leitstelle, komm hin. Streife 1, hört. Bleiben Sie mal ruhig. Aktueller, aktueller Status? Befindet uns jetzt im HQ, komm. Ja, dann melden Sie sich mal bitte zur Neuenteilung, das ist ja alles durcheinander. An der Theke, Streife 1. Habe ich was durcheinander gebracht? Nee, nee. Ich gucke gerade nur, ich muss ja meine eigene Streife auch aufhören. Ja. Was sind denn Sie so gereizt, Wolf? Ich bin doch entspannt. Lass mich da nie gereizt sehen, sag mal. Ich werde mich mit den Damen dann verpissen, wenn es okay ist, ne? Ja, ich streife 2, kann durch. Streife 4, 1019 HQ. Hier gibt es gleich Ostergeld, ne? Hat der Pedersen gerade gesagt. Vielleicht bleiben Sie lieber. So, warte mal. Streife 4 für Leitstelle, komm. Streife 4, hört Sie. Status, komm. Aktuell 107, allerdings im 1019 HQ. Korrigiere 108. Okay. Streife 4, Sie sind ab sofort Streife 3, komm. Streife 13, 4. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, wen habe ich denn jetzt hier vor mir stehen? Freeman. Freeman, wen haben wir noch? Irgendwie? 28. 19, Pawlowski. 71, Bowen. Was sind denn die? Ah, das ist Streife 1, ne? Ja, genau. Okay, dann muss ich das ein bisschen aufteilen. Damit wir die, äh, damit wir die Dings wegkriegen. Was ist denn mit Deme? Äh, das ist der, der von der Brücke gesprungen ist. Ah, fuck, der ist also ein bisschen außer Dienst. Alles klar. Das lassen wir so. Gut, dann bilden wir, äh, Pawlowski und Bowen bilden Streife 1. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Gut. Und Streife 4 haben wir William und Freeman. Okay, wunderbar. Super. Willst du Lärchen? Ja, dann Abfahrt. Weifel 1 würde dann noch ganz kurz erwarten auf den Commander, um das Ostergeld einzusacken. Naja, wenn sie, wenn sie die 50 Dollar wollen, dann nehmen sie die 50 Dollar. Ne, ich will ja mich schon raus. Achso, okay. Hast du noch eine Streife für mich? Nummer? 48. Nishimura. Du bist der denn? Streife 2, 10, 8. Okay. Streife 2 für Leitstelle kommen. Streife 2, 8. Äh, 10, 19 HQ. Ich nehme einen von den Kadetten runter und mache eine neue Streife auf. Kommen. Streife 2, 10, 4. 10, 19 Richtung HQ. Mhm. PD11 für Leitstelle kommen. PD11 für Leitstelle kommen. 65 für Leitstelle kommen. Sind die schon hier? Cortez? Ja, wir sind hier. Wir sind hier. Alles klar. Cortez? Hallo. Du bist mit Nishimura, Streife 5. Okay. Okay. Alles klar. Und Pemberton, du bist mit Davis, Streife 2. Ja. Okay. Super, dann habe ich ein bisschen aufgeteilt. Ja, dann auf geht's. Let's go. Feuer frei. Gut, wen haben wir denn hier? Müller noch, wa? Richtig. Aber du würdest erst mal Geld holen, oder was ist jetzt deine Mission? Äh, ich habe erst mal gerade die Kommando fast umgebracht, mein Geld habe ich cold, jetzt stehe ich hier. Achso, alles klar. Gut, dann muss ich gleich mal gucken. Ähm, du willst aber noch auf eine Streife. Achso, selbstverständlich. Sie muss noch ein bisschen auf Gas raus. Naja, klar. Streife 5, waffen Sie mal, ich schicke Ihnen noch den Müller rein. Komm. Wer ist Streife 5? Streife 5, den 4. Fahren Sie nochmal einen 10, 19 HQ an, holen Sie draußen den Herr Müller ab, der hat so einen lustigen Hut auf. Als Stelle Ende. So, gehen Sie mal raus und lassen Sie Streife 5 schmecken. Die wissen, wer Sie sind. Alles klar, verstanden. Naja, klar. Mir ist ganz, ganz schlecht. Was denn jetzt schon wieder? Ja. Oh, Gottes Willen. Also wirklich, ja. Hat die Prinzessin sich Nägel abgebrochen oder was? Was ist jetzt hier los? Was ist denn? Was haben Sie denn mit der Cortez gemacht? Was soll ich mit der gemacht? Müller. Was ist denn los mit Ihnen? Die kommt da rausgelaufen, ist ja ganz schlecht, hat sich direkt fast vor meine Decke gebrochen. Ach, da ist sie wieder. Ich sagte, es gab halt ein paar Differenzen, aber der muss ja klar kommen. Wir sind hier nicht im Zirkus vom Kindergarten. Müller. Müller. Ich habe nichts Negatives gemacht. Ich steige in die Streife 5, ich teile sie woanders ein, ich habe keine Zeit für den Kindergarten. Los, Feuer frei. Ich reiste schon wieder aus. Cortez, ist das der Müller, von dem du keinen Bock hast, Müller, oder was? Ja, mir wurde ganz plötzlich sehr schlecht, als ich den Namen Müller gehört habe. Mein Gott, du musst dich doch mal ein bisschen zusammenreißen. So kann das doch nicht laufen. Ich setze dich auf eine andere Streife. Danke. So, du sitzt jetzt auf Streife 5, 10, 4, äh, 10, 8, Entschuldigung. Das ist doch so ein Kindergarten. Streife 3, 10, 8. Warte mal kurz, vielleicht finde ich ja noch jemanden, der dich mitnehmen will. Ach, die Frau Cortez, die nimmt jeder mit. Hallo Chef, frohe Ostern. Ich habe was von Osterngeld gehört. Ja, die Cortez, die... Das ist absolut richtig. Ich versuche gerade jemanden zu finden, der die Cortez mal unter die Fittiche nimmt. Ja, wir brauchen einen speziellen Officer. Einen Officer, der sie aus dem Kadettenstatus heraushebt. Ja, zu einem scheinenden Engel, der über das Department niederkommt. Sie war schon mal Officer 2. Ja, und dann hat Herr Müller gesagt, das sieht nicht so aus, wa? Genau. Und dann wurde ich wieder Rang 1. Ach, der Herr Müller war das. Naja, da hat ja irgendwer, der hat ja so einen kleinen Notizblock in seinen Socken und hat alles aufgeschrieben, was sie gemacht hat. Ja, der hat Augenbraue gemacht. Jetzt wollte ich die Cortez auf die Müller-Streife setzen, aber Sie wissen ja, wie das läuft, wa? Augenbraue machen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Angst, dass wir die Cortez verlieren, als wenn der Herr Müller nochmal sieht, dass sie sich irgendwie falsch die Haare zusammenbindet und dass sie vom Kadett auf einen normalen Zivilisten runterdegadiert wird. Ja, das Ding ist, also der Herr Müller, der ist Deutscher. Die sind da immer alle so am Mitschreiben mit dem Blog. Wissen Sie, das spricht sich so rum. So, Streife, was haben wir denn hier? Wir sind Streife 1, wir warten kurz auf den Commander und dann gehen wir raus. Okay, ihr nehmt dann bitte die Cortez mit, weil ich kann die bei dem Deutschen nicht auf den Hut setzen. Gut, ich würde sagen, siehst du mal kurz mal alle mit raus zum ATM, dann gebe ich ihnen schnell die Kohle, also per Banküberweisung. Wie viel ist es denn? Naja, ja, hängt vom Dienstgrad ab. Ach du Scheiße, dann kriege ich ja nur 50 Dollar. Kann ich nicht noch heute Leute stellen von der Streifel zu kommen? Ja gut, dann kommen wir mal mit raus. Ja, ja, kommen Sie mal. Freeman, sag mal, bist du hier eingeschlafen oder was? Ne, der Kollege ist gerade auf Toilette. Ah, ist klar. Jetzt wollen sie wahrscheinlich meine Kontonummer wissen, oder? Ja, bitte, unbedingt. Das ist die 632 430. Der Dienstgrad war 2. Ja, das sind 50, äh, 5000 Dollar hier. Ah, lecku mir, und kann ich ja ein Cadillac bei euch holen. 5000 Dollar, ich glaube, das kommt ganz gut. Super, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Sag mal, kann man Ihnen irgendwie noch helfen? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Natürlich. Ui, alles ist super. Sehen wir aus, als wären wir in Nötten? Sie stehen vor dem Polizeirevier und quatschen niemanden voll. Ja. Wir quatschen niemanden voll? Ja, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass Sie... Wir haben alle vollgequatscht, die bei uns vorbeigekommen sind. Tut mir leid, dass ich Sie hier nochmal angesprochen habe, ja. Ach, Sie wollten nochmal mit uns reden, oder? Boah, ich krieg grad einen 1099 rein. Welchen ist das denn? Oh Gott. Ach du Scheiße, ich hab einen Fehler gemacht und war viel zu hilfsbereit. Ja. Ich sag mal, ich hab mich jetzt nicht umgeprügelt, aber heute, wir sagen nicht, irgendwie, solange die Tentcodes noch nicht 100% drin sind. So, das war auf die Streife 1, hab ich die Cortesi legt, warte mal. Boah, ich raste aus. Leitstelle des LCBDs, entschuldigen Sie, ich hab vor mir leider noch jemanden stehen, der mich anschreit. Sie müssen ein bisschen warten. Warten Sie bitte noch, das LCBD ist gleich verfügbar. So behandelt man einen Damen nicht. Sie können doch nicht die Klappe halten. Was kann ich denn für Sie tun? Hier ist die Rulf. Kann ich mal jetzt reden, Allah? Bleiben Sie doch mal ruhig, was ist denn los? Es ist ein Notfall. Was ist denn passiert? Die Engel des Todes, oder wie die heißen... Die Engel des Todes, ja. Der hilfsbereite Leitkopf. Geisel, wo? Okay. Ihr Name ist bitte... Okay, also Sie haben einen Geiselname am Angel-of-Dev-Hof und da ist eine Person im Gewahrsam. Okay. Hat sich das aufgelöst? Vielen Dank für den Anruf. So, entschuldigen Sie bitte, ich musste gerade nur den Geisel auflösen. Sie sind ein ungehobeltes Arschloch und sie hofft, dass Ihnen hier beim Hände waschen die Ärmel runterrutschen und so und bla bla bla. Das ist eine Dienstuniform, das ist überhaupt kein Problem, wenn das runterrutscht. So behandelt meine Dame nicht. Entschuldigen Sie doch bitte, ich hatte gerade eine 1099, das war gerade Officer in Gefahr. Das weiß ich doch nicht. Ja, aber ich sage, ich kann Ihnen ja auch nur den Tencode sagen, ich bin ja noch neu. 1099 klingt wie ein reduziertes Preis bei Jürgen deinen Supermarkt. Woher soll ich das wissen? Ja, das letzte Mal, dass Sie für 1099 eingepauft haben, ist es, als Sie Dienstbote gemacht haben, was? Ja, da habe ich Sie. Da habe ich Sie. Sie sind also in Gefahr. Ach, ich war in Gefahr. Einen Aufsichtern war in Gefahr. Wirklich? Ja, es gab einen Geiselname, aber ich konnte Sie am Telefon beschwichtigen. Wollen Sie nur Brötchen oder auch Croissants zum Frühstück? Wie sieht das aus? Haben Sie denn jemanden, den machen wir einen guten Croissants hier? Ja, klar. Verdammt doch mal, sei doch mal ein Alpha. Nicht so, sei doch mal ein Alpha, Freeman. Alpha-Regent. Was zeichnet einen Alpha aus? Naja, so ein Leitwolf. Ja, ich weiß nicht, ich kriege ein Sicherheitssystem und am nächsten Tag frühstücken wir noch nicht. Nur ich kriege den Frühstücken. Ja, und ich das Sicherheitssystem. Und ich werde bezahlt für den Installationen, nur um das nochmal kurz zu klären. Ja, klar. Okay. Das ist ja wirklich der erste Tag im Dienst und er nimmt sofort seine Hypotheke auf. Ja, ich bin ja, also... So, Mademoiselles, was können wir denn jetzt noch für Sie tun? Ja, sicher. Ich wollte Sie nur kurz verschimpfen. Ich bin fertig. Vielen Dank. Mir geht es gut wieder. Pass mal auf, dass Sie nicht die Grenze übertreten. Das habe ich nicht vor. Na, besser ist. Besser ist. Weil ich weiß ja, was ich gehört und was nicht. Ja, jetzt kommen Sie doch... Legst du dich nicht mit einem Alpha an? So wurde das im Programm auch gesagt. Das habe ich genau so im Programm besucht und dann hieß es auch, legen Sie sich nicht mit dem Alpha an. Haben Sie den bei dem Baitube gemacht? Nee, nee, nee. Das war so eine WhatsApp-Gruppe von meinem Kollegen damals von der Schule. Ah, ich verstehe. Er hat mich eingeladen und hat gesagt, mach das mal mit. Und dann habe ich den 5000 Dollar dafür gegeben und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall wie so ein Predator. Wie eine Predator. Ja, alle da draußen sind das wild und ich bin nur reizt, Sie zu reißen. So. Commander. Ja. Wir hatten gerade eine telefonische Androhung einer Geiselnahme, die sich während des Telefonats aufgrund meiner deeskalierenden Methoden auflösen konnte. Wundervoll. Er ist wirklich ein Alpha. Wundervoll. Das ist ja sehr einfach gewesen. Muss ja ein... Ja, ich glaube, die Flachzange, die angerufen hat, hat das einfach nur falsch. Die hatten da irgendwie ein Meeting oder so und dann ist der wieder rausgekommen. 10, 8. Ach so. Ich wünsche einen schönen Abend. Schönen Abend noch. Au revoir. Tschüss. Ich sage da immer, hervorragende Polizeiarbeit, ne? So und nicht anders. Fantastisch. Ja, fantastisch. Sehr schön. Herr Freeman, haben Sie schon Geld bekommen? Nee, aber ich fände es jetzt auch ein bisschen dreist. Ich meine, ich bin seit drei Stunden hier. Sie sind ein Officer, also kriegen Sie Geld? Ja, ich brauche auch bald ein neues Sicherheitsdienst. ACBD-Leitstelle, was kann ich denn für Sie tun? Einen wunderschönen guten Abend. Es tut mir leid, dass ich Sie über die Leitstelle erinnern muss, aber ich habe anscheinend meine... Sie haben mich gerade... Sie waren doch gerade vor meiner Theke. Entschuldigung? Was kann ich denn jetzt für Sie tun? Ich war nicht vor Ihrer Theke. Ich weiß nicht, habe ich... Ach, scheiße. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Ich habe hier gerade einen französischen Akzent hier hört und ich dachte, eins und eins ist zwei. Aber eins und eins hat sich tatsächlich als vier herausgestellt. Also, ich bin nicht dick für vier. Und außerdem dachte ich, ich hatte beim PD angerufen und nicht... Natürlich, natürlich, sind Sie auch. ACBD, Wolf, was kann ich für Sie tun? Ach, Theke. Ja gut, mit der Theke, da habe ich mich nicht so zusammengefunden. Ich hatte, es tut mir leid, ich habe mein Adressbuch gelöscht und ich wollte Herrn Patterson etwas fragen bezüglich eines Interessen des Gefängnisses. Könnten Sie ihn bitte ausrichten, ob er, wenn er es sei, findet, mich einmal zurückruft? Können Sie mir die Nummer geben? Natürlich, das ist die 420042. Wir brauchen mich zu lange, ich komme im Auto nach. Entschuldigen Sie, jemand hat dazwischen gesprochen. 4200. Ja. 4200. Okay, Name? Lodevie. Okay, das können Sie das Buchstabieren. Okay, natürlich. L-E-A-U. L-E-A-U. Neues Wort. D-E. Ja. Nochmal ein neues Wort. V-I-E. V-I. Lodevie. Lodevie. Richtig. Eine einzige Kollegin hat das absolut geschenkt. Kommando Patterson, ganz kurz. Ja. Eine Frau Lodevie ist hier gerade in der Leitung. Können Sie die zurückrufen? Die hat wohl ihr gesamtes Adressbuch gelöscht. Ich habe die Telefonnummer hier, wenn Sie brauchen. Ja, ich nehme die Telefonnummer, ja. 420. 042. 042. Ja, alles klar. Alles klar. Frau Lodevie, dann wird er Sie gleich anrufen. Servus. Ja, Wolf, das ist so eine Freundin. Viel Spaß noch in Ihrer Decke. Danke, ciao. Ich würde gerne einen Apfelsaft bestellen. Was würdest du einen Apfelsaft bestellen? Das ist aber hier nicht die Theke deines Vertrauens. Ja, ja, Saftlader. Na, nur Spaß, gell. Servus, Burschi. Du, ich komme noch schnell vorbei. Ich habe dann bei uns noch eine Schrottekarre stehen, gell? Das wisst ihr. Was habt ihr da? Eine Schrottereikarre haben wir vorhin noch bei uns stehen. Ja, was ist denn das für eine Schrottereikarre? Hat die auch einen Namen oder ist das schon ein Würfel? Scheiße, warte, ich muss ja fragen. Hat jemand das Kind sein von der Schrottereikarre, wo bei uns auf dem Platz steht, bitte? Nein, ich würde gerne aber einen starken Südstaaten-Akzent machen. Naja, oder? Ich muss da aber gerade versuchen, meine Hand und Füße mit Gestikinterpretation einzusetzen. Schwierig, ne? Wie sind gerade die Lage auf der Straße draußen? Ja, alles sehr, sehr ruhig. Alle 10, 8 sind 4, Moment, 5 Streifen, glaube ich, draußen. 5 Streifen. Moment, ich gucke gleich nochmal. Ich habe das Blätter auch nicht offen. Ja, genau, 5 Streifen haben wir offen. Patterson ist hier. Wir haben noch eine DTU-Streife. Äh, jo. Pemberton, Davis, White. Das sind alles damals blutige Anfänger. Ja, ich habe versucht, ein bisschen aufzuteilen, ne? Ja, aber es ist gut aufgeteilt. Ja, ich musste halt leider den Müller von der Cortez runternehmen. Jetzt nicht im bildlich gesprochenen, sondern einfach nur, weil sie wissen ja vielleicht, dass der Müller die Cortez angeschwärzt hat und die sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Hat er das? Ja, hat er. Wegen irgendwas. Katastrophe. Achso, ja, 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 ja. Ich habe eine kurze Frage. Was kann ich für Sie tun? Aber Sie haben eine kleine Toilette. Ich müsste mal für kleine T-Shirt. Leider haben wir, haben wir Sanitätsgelegenheiten. Wenn Sie für kleine Tiger wissen, dann suchen Sie sich doch einen Baum da. Irgendwie andere Seite, so, ne? Ich wollte jetzt nicht einfach in die Öffentlichkeit. Doch, doch, wir spritzen das morgens nochmal alles weg. Oh, super, ich danke. Ja, ja. Viel Spaß. So, Ignatz, was ist los? Jo, äh, 05 und 05. Scheiße, ich weiß nicht, was habe ich aufgestellt. 05 und 15 steht bei uns. 05 und 15. Ja, kannst du die her schleppen? Wir haben doch eine eigene Werkstatt. Oder ihr macht die Heile und bringt die wieder her. Aber war das nicht so und so, dass ihr die eigentlich irgendwo im Backlitz schleppt? Ja, komm ich mal am Arscheligen. Was sind wir da für euch? Ignatz, bleib mal ruhig jetzt hier. Ja, ob wir den ganzen Tag keine Zeit haben, äh, keine Zeit haben, sondern eine Karre schlägt. Du stehst hier gerade, du bist, du stehst hier gerade vor der Theke und bist gerade extra nochmal rausgegangen, um einen Schnack zu führen. Ich kann ja wohl davon ausgehen, dass du Zeit hast, wa? Erst hier durch entstand die Idee des Wochenendes. Da hat er ein Argument. Ja. Na ja, also, schnappt euch die Waren und schleppt die hinten auf den Hof. Bezahlt ist doch ein Rahmenvertrag, oder nicht? Scheiße, ey. Na ja, klar. Da muss man, ey, das wird, weißt du was, das wird ja aufschreiben, da muss ich mit dem Schäfer machen. Ignatz, pack doch mal den Kuli weg. Könnt ihr gleich mal zu ihrem Chef noch gehen, passen Sie auf. Ich glaube, das löst das Problem, Ignatz, oder? Wir haben uns rausgehandelt, dass wir priorisiert werden bei unseren Einsätzen. Ja, bist du auch. Ja, die lässt zu wünschen übrig. Da heißt es immer, ja, wir haben da noch drei Abschleppvorgänge vor uns. Halt mal, halt mal, halt mal, Puschi, langsam, 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 langsam. Das ist wie Einkaufsladen. Da läuft der ganze Tag gar nichts. Ich bin fast eingeschlafen jetzt auf der Parkbank, weil ich Pause gemacht habe, gell? Und nach vorne kommen wieder 13 Aufträge miteinander, weil die Arschle in der Stadt nicht Auto fahren können. Also, da halte ich mich mal ganz fein raus, gell? Ignatz, bleib doch mal entspannt jetzt. Nein, da nimmst du mir gerade Hutschnur, alle Schnur. Das finde ich nicht lustig. Entschuldige, ich habe nicht gelacht, dass es hier gerade was gequitscht hat. Wenn man anruft, dann immer priorisierend den Einsatz. Puschi, hätt ich eine Sirene bei meinem LKW, der will mit dem Blaulicht und mit dem Tüttl-Tüttl durch die Stadt fahren, gell? Ignatz, du hast doch eine Sirene. Nein, habe ich nicht, ich habe nur ein oranges Wandle. Das gilt doch allgemein als Martin zu hören, oder nicht? Und wenn ich das ganze Zeit mit der Sirene dieselben mache, dann werde ich heißer, dann habe ich keine Stimme. Ja. Und wenn ich das ganze Zeit mit dem Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl-Tüttl.